Du bist scheiße, störe mich nicht in meinem zöchentlichen Frieden, Mephisto. Außerlich, ich habe dich von mir verhandelt. Was willst du, du gefallene Engel? Scheißdorf, mir ist langweilig. Apropos, kennst du den Faust, den Doktor, den Streber, den alten Grunmenschen, meinen Knecht? Ja, ja, das ist der Seele, wo ich mir auch noch gegenwacht. Ein guter Mensch und seine guten Reine, in sich des rechten Weges wohl beruhigt. Was wettet ihr? Top, die Wette gilt. Aber nun folgt Kunst. Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißen Vermüden. Da stehe ich nun nicht einmal da und bin so klug, als wie zuvor. Endoplasmatisches Kritikum, Satz des Pythagoras, dialektische Gegensätze. Ich bin jetzt öfter schuldgegangen, ich weiß, als ich kann alles. Und, es klingt für ein Scheißdreck. Und das interessiert mich nicht mehr. Ich mache Schluss mit dem Scheißleben. Adieu, du grausame Welt. Ah, Alfred! Was haben wir da? Ich will jetzt nur ins Wahre sein. Das ist so, wenn du mir da warst. Was machst du, wenn du dir nicht hörst? Was machst du? Das ist also das Bundeskern. Das ist ein Warnhaus, der Pop. Warnhaus, der Pop. Warnhaus, warnhaus, warnhaus. Warnhaus, warnhaus. Warnhaus, warnhaus. Warnhaus, warnhaus. Wer bist du? Ich bin der Scheiß, der Schäfer meint. Und das ist ein Scheißdreck. Wer hat sich das mit der Kunde krecken? Das ist ein Problem besser, wenn es nicht so viele sind, was ich nicht mache. Was ist denn? Das wäre schon so, dass er völlig nicht bei der Eingang. Warnhaus, warnhaus. Was? Das ist alles so auswendig, ich kleines. Ich glaube, ich bin das jetzt nicht. Ja, dafür. Was ist das von mir? Ich glaube, das ist unverschließend, wenn ich mich nicht. Vielleicht. Aber kannst du nicht anfangen? Wie? Und du musst ehrlich sein. Bei den Frauenlattern einfach so, oder? Nee! Au! Wie viel kostet das? Das ist eigentlich relativ günstig. Nur deine Seele... Meine Seele. Könnte ich noch gebrauchen. Lass mich überlegen. Kann ich das? Ja, so machen wir das. Auf jetzt! Hey, hey, Hexe, wackelt's an! Schau dir diesen Dackel an! Wir sind drunter zu helfen! Servus, Hex! Wollte ich Ihnen? Du siehst dich her, wir bräuchten ein bisschen Fischfleisch. Habe ich nicht noch was Wichtiges für dich? Moment! Nein, das ist eine Bundesfreude! Nein! 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 Ich schau mich an! Ich schau mich an! Und knackig mich nicht zuvor! Was ist schon mit so was sein? Mit so was knackiges? Was ist das? Siehst du dieses wundervolle Geschirr? Dieses wundliche, schöne Gesicht? Und dieses wundervolle Haar? Wie bist du? Sie ist so hübsch wie genau sie! Genau sie! Geduld, Geduld, mein Freund! Mit diesem Trankenleibe! Siehst du, Helena? Bei dem Gehen beide? Ich kenne mich! Gehen wir die Kleider? Geht ihr jetzt nix an? Das ist doch schön! Ja? Ja, du machst das nicht! Schöne Freude! Darf ich es sagen haben, die Leite anzuprafen? Ich bin weder Freude, weder schön! Können Ungeleite nach Hause gehen! Ich habe den Scheiß da gesoffen, damit ich jede kriege! Und was ist sowas? Was soll ich das? Warte, warte! Gib ihr das? Die Weiber, die stehen ja nicht auf Schmuck! Ich bin ja! Servus, Helena! Ich würde Ihnen mal vorstellen! Ich würde Ihnen mal vorstellen! Ich bin ja doch, Flach raus! Ich würde Ihnen das gerne von vorher! Entschuldigung! Ich würde es nicht mehr tun! Die ist schön! Die muss ja auch tun! Das ist eine Geschadung! Ich bin doch im Arm und diesem Kind! Begreif dich, was er an mir findet! Und Röpfchen! Ich bin doch nicht bei uns! Ich würde mich an den Anschluss hier bırakieren! Ich würde mich an den Schmuckchen hinterher kommen! Sit doch alle kommen! Ich bin jetzt eben vor allem! Ich bin eben auf der Kuh dran! Ja! Ich bin jetzt mal von uns! Was ist mit dir? Wisst du was? Die besten bei dir. Bei einem Strip-Zeit. Am Anfang war alles so schön. Ich hab' die Faust kennengelernt. Wir haben so viel Spaß miteinander gehabt. Und dann sind sie auf einmal alle gestorben. Der hat sich ganz in einem Arm umgebracht. Irgendwelche Pillen hat sie geschluckt. Dann hat der Faust und Wallenbild. Mein Bruder hat er stoffen. Auf und so. Dann haben wir ein Kind gekriegt. Die sollen dann auch wegfallen lassen. Was du ja mit dem. Und jetzt bin ich da und bin so auf euch hingerichtet. Grekel, Grekel, wir müssen fliehen. Wer bist du? Wir müssen fliehen. Heinrich, wir grauen zu dir. Grekel! Sie ist verloren! Sie sind verloren. Und wir haben das gerade in 8 Minuten auf die Bühne gebracht. Das ist Kunst.